Hallo zu diesem kurzen Video. Heute gibt es mal kein Musikthema, sondern einen kurzen Überblick darüber, was ich in den nächsten Tagen und Wochen auf diesem Kanal geplant habe. Morgen wird es ein paar überarbeitete alte Videos geben, also wundert euch nicht, wenn eure Abo-Box dann voll ist mit Videos, die ihr vielleicht schon kennt. Ich habe da Grafiken überarbeitet und zum Teil manche Details noch etwas anders erklärt. Und am Dienstag gibt es dann ein Zusatzvideo zum Thema Intervalle. Da geht es um diese Tabelle hier. Die hat man natürlich nicht immer zur Hand, wenn man Intervalle bestimmen möchte oder muss. Und gleichzeitig ist es auch nicht so leicht, die auswendig zu lernen, weil das natürlich eine sehr lange Tabelle ist. Und wie man das aber lernen kann, da gibt es nämlich einen Trick zu, das erkläre ich in diesem Video am Dienstag. Am Freitag, also in einer Woche, dann gibt es ein Zusatzvideo zum Thema Durtonleitern. Da erkläre ich nochmal alles ganz langsam und Schritt für Schritt anhand von Beispielen, so dass man da das Wissen nochmal festigen kann und alles wiederholen kann. Und danach sind dann eure Wünsche dran. Gestern hat mich schon jemand gefragt, ob ich vielleicht ein Video machen könnte für Anfänger, die ein Instrument lernen wollen. Vielleicht habt ihr ja daran auch Interesse oder noch andere Wünsche und Vorschläge. Dann schreibt das mal in die Kommentare. Das war es auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon.